Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei GTA Online. Alter, du bist ne miese Sau. Aber gut, dafür wirst du sterben. Dein Auto ist ja schon kaputt und das konnte ich noch nicht mal bezahlen. So. Ähm, ja. Ist nett, Michael. Ist nett. Schmeckt nett. Wer, wer ist denn das? Bist du... Hallo. So, okay, wie du willst. Ich hab das Mikrofon aus. Jetzt geht's los, Alter. Ja, die ganze Zeit, Alter. Ja, hoch, ist schon klar. Deswegen habt ihr mich auch nicht gehört. Schmeckt nett. Marvin, riecht nach Kot. Jetzt hat er uns Gitz-Ged-Ober. Um herzlichen Glückwunsch. Ja. Ganz ehrlich, Henry. Was denn? Leg dich niemals mit mir an. Niemals. Marvin, du kannst mich mal an meiner Puperze lecken. Doch nicht mal in Siedler. An meiner jungfräulichen Puperze kannst du mich, Alter. So. Packt euch alle Kux in den Schwanz und spickt euch in die Nase. Damit wir das auch geklärt hätten, ja? Sir, es scheint, als hätten sie einen sehr ernsten Fall von Baby-Stimme. Das meine ich damit. Wie er nicht da oben kämmt. Wie er nicht da oben kämmt. Die kleine Lista. Das ist taktisches Warten, ja. Ja, ich bitte. Taktisches Warten ist kein Campen. Nein. Wichser. Jetzt geht's los. Ja, da hat einer einen guten Zug, würde ich sagen. So. Wenn der Motherfucker das haben will, bitte. Motherfucker. Guck mal, wo ich spawnen. Direkt von hinten. Ich bräuchte mal ein bisschen Geld, deswegen müssen wir auch ein paar Missionen machen. Ja, gerne. Ja, die Mission, die ihr dann verliert und kein Geld bekommt, oder wie? Ich hätte mal Bock hier, wo wir eine Mission zusammen machen müssen. Ich hätte eine Idee. Ando! Was? Brühe doch nicht hier um! Einen Moment bitte. Nein. Ja. Du fertig, drüben, im Schlafzimmer, am Ständer, am Ständer, oder beim Schrank, ist gay. User in your channel was banned from the server. Ach, das ist Marc. Alle Ruhe in sowas, oder scheiß? Kleiner Bastard. Der kommt gleich wieder. Da ist er schon wieder. Topper, so. Weißt du was? Nö. Vor allem sagt er zu mir, dass ich schwul bin. Ja. Nein, das hat der Teamspeak gesagt. Das war ich nicht. Nein, das hast du im Teamspeak eingetippt. Hab ich nicht. Wie kommen sie denn da rauf? So. Wo ist denn hier mein Kackauto? Ah, das wurde beschlagnahmt. Ich kann dir nicht sagen, wo dein Auto ist. Das wurde beschlagnahmt. Das hast du wahrscheinlich mit in die Luft geschränkt. Nein, beschlagnahmt. Schlagnahmt. Schlagnahmt. Joa, ähm. Ich hab ja ein paar Missionen in meinem Smartphone. Im Smartphone. Champagne. Champagne. Oh, guckst du im Anflug. Eine Mission von einem Kumpel. Wollen wir uns die gönnen? Ja, lass es machen. Hau rein. Die ist gut, glaube ich. Also ich bin drin. Okay, ich folge. Wenn du einen einlädst, dann ja. Oh, ich hoffe, die ist nicht zu viert. Ich weiß, die ist voll. Das war ja schlau. Ich geh raus. Jo, was geht Marvin? Ich kann nicht raus. So schön. Jetzt geht er im Passivmodus, weil er sonst verliert. Nein, ich geh im Passivmodus, weil du mir auf den Sack gehst. Auf welchen Sack bitte? Den, den du jetzt anschaulich von unten betrachten kannst. Das Einzige, was ich von unten betrachten kann, ist ne... Okay, geil. Oh je. Oh, ey. Okay, das reicht jetzt auch. Äh, Mission? Wuii! Warte. Ich bette um eine Einladung. Äh, warte. Ich starte jetzt einfach... Pfff. Loll. Ein Moment bitte. Ich hab Selbstmord begonnen. Das Leben hat keinen Sinn mehr. Ja, um was gut machen. Jo, macht's gut. Tschüss. Mein Geist möge über euch wachen. Ne, lass stecken. So. Da bin ich selber selbst... Da bin ich lieber selbstständig. Bambi-Einladung an Xbox Live-Party gesendet. Schöpäin. Boah, das verletzt mich gerade ein bisschen, dass ihr sowas sagt. Das ist nicht schlimm. Aha, genau im letzten Moment, wo ich wächst vorne. Die Tür. Oder auch ein Klassiker. Jo, was geht Bambi? Bögel. Was machen wir denn jetzt für eine Mission? Ich hab euch eingeladen, ihr müsst beitreten. Ich hab nisch gekriegt. Natürlich hast du was gekriegt, du bist eingeladen, steht da. Ja, Xbox Live-Party-Einladung war das. Ich musste Xbox dazu drücken. Dämonische Geschäfte. Ich hab da eine Idee, wie wir von T-Pay Inc. unsere Geschäftsinteressen durch Synergien fördern. Das Tagesgeschäft muss einfach profitabler werden. Mushrooms Hank hat sich bereit erklärt. Mushroom Hank, Alter. Also klaust du ein paar von den Lost und lieferst die bei ihm ab. Wir wirken den Motorrad 40s1 rein und machen Shutter damit. Siehst du, solche genialen Ideen kriegt man auf Crystal R. Jakovsky. Crystal R. Jakovsky. Crystal R. Jakovsky. Dominik. Ja? Beitreten. Ich bin drinne. Nein, bist du nicht. Doch. Ski, Ski. Crystal R. Jakovsky. Crystal R. Jakovsky, Alter. Beste, dafür ein... Hallo? 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 Oh nein? Oh nein. Was? Ich hab hier wieder mal das Soundboard offen. Gönn dir. Gönn dir. Gönn dir. Enden. Ah, das wollte ich auch gerade sagen. Was, wirklich? Ja, ernsthaft. Das ist große Willen. Die harmonieren total. Habt ihr Autos hier? Ja, ne? Dominik, ist das deins? Ja. Nee, fahr ruhig, fahr ruhig, fahr ruhig. Alles klar, danke sehr. Sollen wir den hier vorne umfahren? Ja, ja. Nein. Nein. Hast du auch kein Auto, Luca? Doch. Lass mich mal da reinspringen. So, wir fahren da mal vor. Ist das der Felser? Ja. Deiner gefällt mir irgendwie mehr wie meiner. So, 5, irgendwas Kilometer. Ja, einfach mal so, ich werde die ganze Folge. Natürlich. Ziemlich gut in den Kurven, kann das sein? Ja, es geht, es geht. Hm. Was könnten wir denn da mal machen? Moment. Ich glaube, ich ziehe die zur Erste an. Hm. Läuft. Henry, 5 Euro, dass wir zur Erste Reihe sind. Er macht noch ein bisschen, was er will. Für die Fahrt jetzt. Hey, mach das bitte auch. Einfach, Beste, Alter. Beste. Diese Mani. Ja. Alter, sieh. Aber das ist ein Instrument, ne? Also, da musst du ein bisschen Eigeneinsatz zeigen. Ich kann den Text nicht. Alter. Ich fahr den Henry runter in den Wohnwagenpark. Ich springt der Uhr und zieh raus. Und die Jungs, die haben sich auf die Fresse gepackt. Das Auto dreht sich im Kreis. Oh, das wird sowas von ein Musikvideo. Ich spring den Bügel runter. Sieh, Digger. Es ist kein Wohler, dass doch keiner guckt. She's a maniac. Was? Was? Keine Ahnung. Das hast du, glaube ich, gerade erfunden. Ein bisschen. Oh, Mann. Ähm, ja. Ist immer wieder schön. Chlorophyll wäre vielleicht riesiger gewesen. Chlorophyll. 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 Alter. Das TeamSpeak 3, äh, der TeamSpeak 3-Music-Bot ist ein bisschen tödlich auch, ne? Naja. Wollen wir wetten, die Folge wird gesperrt? YOLO. Nein, warte mal. Nein, gibt's nur drei Motorräder oder was? Stopp! Danke. Ha, wer war zuerst hier? Ja, wir. Du Wichser. Nö, nö. Ich sterb nicht, ihr kriegt mich nie lebend. Wuhu. Oh, ich bin gestorben. So, ich mach da mal einen Abgang, ne? Jo, jo, mach das. Ich kann euch noch rückenfrei. Ich kann euch nicht leben, jedenfalls. Oh, shit. Bucket. Warte, bist du am Stau? Am Sterben? Oh, shit. Oh, shit. Ich glaube, ihr seid alle weg. Wir werden verfolgt. Nein. Das war knapp, Marvin. Also, ich kille hier gerade noch ein paar Leute. Dominik, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich bin gerade wieder gespawnt. Schief. Äh, wir müssen alle vier klauen, ne? Ja, ja. Nur wir töten die erstmal alle. Ja, hallo. Einfach drauf los, ne? Ist klar, wenn man auf was tot ist. Ballern uns wie geiler. Marvin, was hast du denn jetzt gemacht? Ja, ich hab da so einen Wix-Otto. Oh, die sah aus wie Miley Cyrus. Wo ist der Typ? Gut, ich bin der nächste, der fährt. Fuck. Das ist jetzt schlecht. Marvin, du musst nochmal los. Die Motorräder dürfen wir nicht nehmen, oder? Nee. Nee. Scheiße. Seid ihr beide tot? Nein, ich hab einen. Dominik fährt noch. Das ist das Leben. Klar, du Penner. Seid ihr beide tot? Nein, Dominik lebt noch, du. Achso, ich hab den nicht gesehen. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ja. Hör mal, der geben Spur nach. Haha, wie im Winter. Ja, ich hab gewinkelt. Hi. Heute kam flach. Baumschick. 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 Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Was meinst du? Ist das schon spruchreif? Unser neues Let's Play? Spruchreif? Na, Siedler 4. Ha, jetzt hast du's gesagt. Ähm... Theoretisch. Ja. Doof ist nur, dass es nicht HD-Format hat. Ich nehm's aber in HD auf. Ja, gönn dir, aber du kriegst es nicht auf die Bildschirmbreite. Doch. Das ist ja das Problem. Nein. Doch. Äh, nein. Wieso? Auf meinem Bildschirm wurde's ja auch in 16 zu 9 dargestellt. Also kann ich's auch in 16 zu 9 aufnehmen. Ach so. Das sieht ja dann hässlich verzerrt aus. Nein, Alter. Das sieht nicht hässlich verzerrt aus. Wie? Du hast es doch gesehen. Na gut, stimmt. Ne, wirklich. Sag bloß. Granate! Kommt hier langsam mal. Die Auflösung 1280x1024, mein Freund. Sieh. Ah. Dominik, du schaffst das! Ich glaub an dich. Wo seid ihr eigentlich? Also die... Wir kommen grad zurück zur Unterstützung. Ja, im Prinzip braucht ihr nur noch ein Motorrad. Micha, holst du dir das Motorrad? So. Äh, Dominik, fahren welche hinter dir her? Stille. Nein. Alles klar, dann schaffst du das ja. Oh. Ja. Wenn man so schlau ist und sein Laptop stumm schaltet. Lott. Ich hab gedacht, ich hätte einen lauten Facebook-Tun-Groder. Ich hab ja Kopfbüro auf. Ja. Ja, Genius-Level over 1000. Natürlich, natürlich, natürlich. Ja, ja, ja. Weiß ja, wie's jetzt, ne? Ja, ich weiß bescheuert. Marvin, willst du mit? Weißt du, was mir jetzt fehlt irgendwie? Das musst du mir, glaub ich, mal schicken. Nee. Das fehlt hier ein bisschen. Schneid's dir selber, du Spaß. Von was ist das denn eigentlich? Erklär wer. Von Alexi-Bexi. Hab ich noch nicht gesehen. Oh. Das sind Outtakes. Outtakes. Ey, Micha. Hä? Hast du schon mal was von schusslichere Reifen gehört? Äh, ja, ich vergesse das immer. Ja, schlimm. Ach, wir mussten nur 3 von 4 abgeben. Oh. Wieso sind wir da nicht fertig? Sind wir doch. Dominik hat grads Dritter abgeliefert. Bei mir steht Dominik hier noch unten. Bei mir steht's dort 48 beenden. Lol. Der Buck geht ja auch 5 mal wieder. Ah, hast kein Geld gekriegt, würd ich sagen. Ja, ich kann auch gar nichts machen. Alter. Ich kann keinen Start drücken und gar nichts. Wollen wir ein Rennen fahren? Ja. Schlau Marvin, ich komm nicht mal aus dem Spiel raus aus dem Aktiven. Dominik steht hier und hält seine Waffe. Er ist auch ausgeflogen. Ja, wir lachen dich ein. Henry, du bist draußen. Du bist draußen. Nein, wirklich jetzt. Ich stehe hier noch rum. Also du stehst hier, ich bin halt ein Beobachter und du stehst hier einfach nur noch rum. Gerade ist alles despawnt um nicht rum. Ah, ich liebe dieses Spiel. Ich kann keinen Start drücken und gar nichts, Alter. Das ist schon ganz schön siefig. Deine Xbox ist abgeschmiert. Deine? Deine. Deine. Nö, wenn du nur das Spiel. Kannst du mal neu starten. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Start einfach gerade mal GTA 5.0. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Haut rein. Ne, fährt mir nicht rein. Ciao. Tschüss. Tschüss.